Bitcoin oder Ethereum? Altcoins oder doch lieber NFTs? Traden oder investieren? Wo bekomme ich das richtige Wissen? Genau diese Fragen habe ich mir am Anfang auch gestellt. Und ich weiß ganz genau, wie schwer es bei der Flut an Informationen ist, mit dem Thema Kryptowährung sicher zu starten. Vielleicht hast auch du noch den einen oder anderen Freund, eine Freundin oder einen Bekannten im Umfeld, der auch noch mitredet und irgendwelche Empfehlungen ausspricht. Am Ende weißt du oft gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich zeige dir heute mal 5 Tipps, die mir damals bei meinem Start mit Kryptos vor 7 Jahren massiv geholfen hätten. Fangen wir mal an mit der richtigen Erwartungshaltung. Die meisten Leute, die starten mit Kryptowährung, die haben einfach schlichtweg die falsche Erwartungshaltung. Das bedeutet, die investieren in Krypto und erwarten schnelle Gewinne und sofortige Ergebnisse. Schuld daran sind oft Medien, die eben entsprechend gute Gewinne von irgendwelchen Tradern oder Hobby-Investoren propagieren. Das ist aber leider nicht die Regel und totaler Bullshit. Also, was ist wirklich realistisch? Dazu schauen wir uns einfach mal die Jahresdurchschnittsrendite von Bitcoin und Ethereum der letzten 5 Jahre an. Und diese sieht nämlich wie folgt aus. Die Performance der letzten 5 Jahre bei Bitcoin und bei Ethereum lag im Schnitt bei 80% bis 153% plus, was immer noch eine gehörige Menge ist. Was dir aber keiner sagt oder zeigen möchte, ist, dass kurzfristig auch starke Kurs-Einbrüche realistisch sind. Und dazu schauen wir uns auch einfach mal den Bullrun von 2017 an. Also das All-Time-High 2017, das Allzeithoch. Gestartet sind wir nämlich im März 2017. Da hatten wir nach 19 Tagen einen Kursverlust von 32%. Danach gab es natürlich auch eine gute Rallye. Juni, Juli 2017 war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Nichtsdestotrotz auch hier nochmal 34 Tage. Hast du da zu diesem Zeitpunkt investiert, dann bist du ganz schön baden gegangen und hast eine 40%-Korrektur erlebt. Weiter spulen in den September 2017, auch hier nochmal 13 Tage am Stück, 40% abflachend von dem Kurs, wo du vielleicht damals eingestiegen wärst. Und dann eben entsprechend im November 2017 auch nochmal 6 Tage bärische Kurse, fallende Kurse. Und wenn du da investiert hast, dann hast du da auf jeden Fall keine guten Zeiten mitgemacht. Auch hier nochmal 30% von deinem Einstieg gemessen. Deswegen ist es so wichtig, dass du mit der richtigen Erwartungshaltung rangehst, wenn es um das Thema Kryptowährung geht. Schauen wir uns doch jetzt mal das große Bild an. Also Bitcoin Long Term von 2011 bis 2023. Und auch hier gab es immer wieder große heftige Korrekturen, sogenannte Bärenmärkte. Und du wirst also nicht mal eben von heute auf morgen durch Kryptowährung reich. Das heißt, auch hier 2011 bis 2023 hatten wir hier 93% Kursverlust vom All-Time-High damals 2011 bis in den tiefen Bärenmarkt hinein. Das auszuhalten ist extrem schwierig. 2014, 2015 auch nach der Bildung des neuen Allzeithochs. Auch hier nochmal 85% vom Kurs abgeflacht innerhalb von knapp fast 400 Tagen. Auch das keine schöne Zeit gewesen. 2018 dann natürlich auch hier 365 Tage Bärenmarkt. Abfallende Kurse, fallende Kurse und eben Investments, die überhaupt nicht gut ausgesehen haben. Und hier sind wir im Jahr 2022 aktuell. Und wenn du hier eben entsprechend am letzten Hochpunkt eingestiegen bist, dann bist du jetzt schon 395, 400 Tage entsprechend im Minus unterwegs. Das heißt, 76% vom Allzeithoch bereits jetzt korrigiert. Langfristig sehen wir hier aber auf jeden Fall auch entsprechend, ja, also das, womit man rechnen muss. 90%ige, 80%ige Korrekturen nach einer Hochphase. Mach dir das auf alle Fälle bewusst. So, wenn du jetzt an dieser Stelle noch nicht ausgemacht hast, dann super gut, weil langfristig muss man das Ganze natürlich sehen. Und langfristig ist Bitcoin einer der besten performensten Asset-Klassen der letzten Jahrzehnte. Also gemessen daran, was man langfristig mit Kryptowährungen erfolgreich umsetzen kann, ist das natürlich ein enormes Maß, an dem man sich messen sollte. Das heißt, hier haben wir von 2011 bis 2022 ganze, und das ist kein Tippfehler, 812.000%. Und damit kommen wir eigentlich direkt zum zweiten Thema, nämlich dem Thema Geduld. Also, du musst Geduld haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Krypto ist nichts für jemanden, der sich mal sagt, so, hey, ich mach das mal einen Monat oder zwei, schau mal, wo die Reise hingeht. Nein, wenn du es so angehst, dann lass es lieber gleich bleiben. Geh, mach eine normale Typiko-Wette oder sowas. Das ist vielleicht eher so dein Metier. Krypto belohnt diejenigen, die langfristig im Bereich dabei bleiben. Und, ja, was das Thema Geduld angeht, das hört man natürlich immer wieder, wenn es darum geht, langfristig Gewinne am Kryptowährungsmarkt zu generieren. Leider wollen das die wenigsten hören, da es natürlich langweilig ist, darauf zu warten, dass deine Investments Früchte tragen. Die meisten Leute steigen ein und verkaufen dann auch ihre Position wieder viel zu schnell, wenn es mal nicht so gut läuft. Oder selbst wenn es gut läuft, verkaufen sie dann viel zu schnell. Das führt letztendlich dann auch dazu, dass du niemals die gewünschten großen Renditen erzielen kannst. Ein großes Problem in diesem Zusammenhang ist das fehlende Selbstvertrauen und das fehlende Wissen. Nur wenn du weißt, was du tust, wieso du zum Beispiel auch in ein Projekt investierst und was dein Ziel dieser Investition ist, bist du in der Lage, deine Position vernünftig langfristig laufen zu lassen. Also kommen wir direkt zum dritten Punkt, dem richtigen Zeitpunkt deines Einstiegs. Und das ist eben entsprechend bei den meisten aber leider nicht der Fall. Das heißt, sie steigen zum falschen Zeitpunkt ein. Warum ist das so? Besonders Neulinge beschäftigen sich mit Kryptowährung, wenn der Hype wieder auf einem Höhepunkt angekommen ist. So sind viele im Jahr 2021 hinzugekommen und zu Höchstpreisen in den Markt bereits eingestiegen. Alle hatten letztendlich das Gefühl, ich muss jetzt investieren, sonst verpasse ich was. Vielleicht findest du dich da gerade so ein bisschen wieder. Oder vielleicht bist du seit 2017 dabei und hast diesen Zyklus eben entsprechend mitgenommen. Das heißt, diese Boom and Bust Cycles kommen immer wieder. Die Medienaufmerksamkeit ist enorm und jeder spricht über Krypto. In solchen Zeiten gehen die Kurse natürlich komplett durch die Decke. Und da hast du dir schon doch so lange überlegt, mal etwas zu investieren, mal mit Krypto zu starten. Jede Woche liegt der Kurs dann etwas höher und du hast das Gefühl, etwas zu verpassen. Das heißt, dieses Gefühl wird immer größer, bis du dann irgendwann sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich mal mit. Vielleicht denkst du dir sowas wie, ach, bei der nächsten Korrektur steige ich ein. Doch die richtige Korrektur kommt meistens nicht dann, wenn du denkst, okay, ich warte bis 20, 30 Prozent runter sind, sondern wenn sie dann letztendlich da ist, da kommen dann nämlich dann auch die Zweifel, ob es tatsächlich eine gute Idee war, in Bitcoin und Co. zu investieren. Das heißt, wenn du dann 30, 40, 50 Prozent Kursverlust hast, denkst du dir dann, ah, wahrscheinlich ist das doch nichts Gutes. Das heißt, der Einstiegszeitpunkt ist extrem schwierig, gerade für einen Anfänger, der vielleicht noch nicht mit anderen Assetklassen vorher experimentiert hat beziehungsweise schon Erfahrung gesammelt hat in anderen Bereichen. Schlussendlich wird dann aber meist investiert, nur leider zum ungünstigsten oder meist zum ungünstigsten Zeitpunkt. Dabei muss das ganze Thema gar nicht so schwierig sein. Denn das beste Werkzeug, um einen besseren Einstiegspunkt zu finden, ist die technische Analyse. Das lernen bei uns alle Kunden in unserem Coaching, weil es einfach hilfreich ist, egal ob du tradest oder nur investierst. Wenn du die TA nicht beherrschst, gibt es dennoch verschiedene On-Chain-Indikatoren, die dir helfen können, bessere Einstiege und Ausstiege für dich zu finden. Ein paar davon möchte ich dir heute zeigen. Einer davon wäre zum Beispiel der Realized Cap HODL Waves. Und den findest du bei lookintobitcoin.com Und auch da ist es natürlich auch erstmal wichtig, wie lesen wir einen solchen On-Chain-Indikator. Du musst erstmal wissen, das Gute an Kryptos ist, alles ist einsehbar. Alles, was auf der Blockchain passiert, ist für uns ersichtlich. Das bedeutet, wir können diese Information nutzen zu unserem Vorteil. Und in diesem Fall siehst du zum Beispiel eben entsprechend, also die schwarze Linie, die du jetzt hier siehst, die zeigt uns den Bitcoin-Kursverlauf von eben entsprechend, das startet hier 2010, also tatsächlich wirklich von 2010, 2011 startet das Ganze dann eben entsprechend hier bis zum aktuellen Verlauf. Und was du hier immer wieder sehen kannst, sind eben diese entsprechenden Wellenbewegungen, die du hier oben hast. Okay, das heißt, immer wenn du hier oben einen Ausschlag hast, siehst du auch, war das das Allzeithoch vom entsprechenden Markt. Das heißt, das war das Allzeithoch von Bitcoin, wo wir diese entsprechenden Ausschläge gesehen haben. Und aktuell sind wir eher in einem relativ niedrigen Segment, in einem relativ niedrigen Bereich. Das letzte Mal, als wir einen Hochpunkt hatten, war eben entsprechend Januar 2021, beziehungsweise kurz danach auch, wenn wir zum All-Time-High gelaufen sind, hatten wir hier eben entsprechend auch im Mai hohe Ausbrüche in diesem Bereich. Das nächste, was wir zum Beispiel hätten, wäre der Market Value to Realized Value, also MVRV. Und den gibt es hier zum Beispiel bei Glassnote, da gibt es auch hier eine Erklärung, was der MVRV-Indikator ist. Und er soll eben entsprechend helfen, einen Fair Value von dem Asset Bitcoin für dich zu definieren. Das heißt, wenn der Preis darüber oder darunter ist, wenn er darunter ist, hast du ein Fair Value, dann ist Bitcoin für dich gerade günstig, ist der darüber, ist Bitcoin gemessen am Segment im Moment eher teuer. Und das könnte eben entsprechend ein Indikator sein, dass du dann vielleicht sagst, okay, ich möchte vielleicht ein paar Gewinne realisieren. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus, wenn wir das Ganze zum Beispiel jetzt bei Glassnote betrachten. Und hier haben wir eben entsprechend auch natürlich in schwarz den gesamten Bitcoin-Zyklus, den du hier sehen kannst, in US-Dollar natürlich abgebildet. Und immer, wenn wir quasi darüber gehen, das heißt, immer wenn es darum geht, dass der Kurs einen bestimmten Bereich trifft, dann ist es eben entsprechend so, dann kann man sagen, okay, Bitcoin ist gerade vielleicht etwas überbewertet und es macht auf alle Fälle Sinn, Gewinne mitzunehmen und zu realisieren. Das bedeutet, was du hier sehen kannst, ist zum Beispiel, dass hier der Punkt 1 für dich da steht und wichtig ist. Und der zeigt dir eben entsprechend, wie viele Leute gerade neutral zum Beispiel Bitcoin halten beziehungsweise wie weit sie fortgeschritten bereits im Plus sind. Du kannst natürlich davon ausgehen, wenn jemand sehr weit vorgeschritten im Plus ist, also quasi hier im Bereich 5 oder 6, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass hier Gewinne mitgenommen werden. Und auch hier werden nochmal eben entsprechend Gewinne mitgenommen. Das eben entsprechend zu einem relativ langen Bärenzyklus führen kann. Ja, wenn wir natürlich lange in diesem Bereich hier oben über der 1, also eben 2er, 3er, 4er Bereich natürlich dann eben entsprechend bleiben, kann das eben dann dazu führen, dass der Bärenmarkt eben entsprechend auch nochmal länger geht. Wenn wir dann in Richtung 1 laufen, dann bedeutet das eben entsprechend, sind wir darunter, dass sehr viele eben entsprechend gerade im Minus halten. Also, wenn du an dem Punkt bist und technische Analyse nicht beherrschst, dann schau auf alle Fälle mal in solche Foren rein, beziehungsweise Look into Bitcoin oder eben auch Glassnode-Modelle, die dir grundsätzlich durchaus helfen können, sinnvollere Einstiegspunkte für dich zu generieren. Das heißt, solche Modelle können dir helfen, nicht am absoluten Hochpunkt einzusteigen. Deswegen versuch es auf jeden Fall mal, das ein oder andere zu implementieren. Gehen wir weiter. Der vierte große Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du mit Bitcoin und mit Ethereum starten solltest. Neben den einzelnen Einstiegspunkten ist die Auswahl der Assets besonders entscheidend. Natürlich können Altcoins überdurchschnittliche Rendite erzielen, aber nur vereinzelte Projekte können zu bestimmten Zeitpunkten performen. Schau dir mal dieses kurze Video an, das ich dir hier gerade mal eben an dieser Stelle einblende. Da wirst du nämlich relativ schnell merken, hm, okay, nicht jeder Coin performt einfach durchweg über Jahre, über Monate sehr gut, sondern eher, es gibt kurze Waves, wo eben entsprechende Coins hart gepusht werden und dann wieder nicht. Und als Anfänger von Gewinnern und den Verlierern unterscheiden zu können, das ist eine äußerst komplexe Aufgabe. Und das würde ich auf jeden Fall erst mal ein bisschen nach hinten schieben, denn es ist wirklich etwas, was erst mit Erfahrung kommt. Zu Beginn solltest du dich auf die zwei größten Projekte konzentrieren. Das sind eben entsprechend Bitcoin und Ethereum. Die beiden haben mit Abstand die größte Marktdominanz und sind dadurch weniger riskant wie kleinere Altcoins. Und das Letzte, was du willst, wenn du mit Krypto anfängst, ist eben entsprechend direkt große Verluste einzufahren. Und dementsprechend rate ich auf jeden Fall davon ab, gleich irgendwie größere Summen in irgendwelche unbekannten Altcoins zu parken. Um dir das Ganze nochmal ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich dir auf jeden Fall auch nochmal was gebracht bezüglich Marktdominanz im Kryptowährungsbereich. Das heißt, warum Bitcoin, warum Ethereum? Einfach aus dem Grund, dass sie den größten Marktanteil in Kryptowährungen besitzen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal hier angucken, ja, also 2000, hier in dieser Zeit, 2013, gab es gar nicht so viele Altcoins, in die man hätte investieren können. Das heißt, Bitcoin war dann vielleicht noch da, Ethereum gab es noch gar nicht. Das heißt, du siehst dann eigentlich hier, hatten wir eine Marktdominanz von 95% und lediglich 4,95, also 5% waren andere Coins. Mittlerweile sind die, oder ich glaube so wirklich tatsächlich jeder davon eben entsprechend tot. Und so geht das ganze Thema hier eben entsprechend weiter. Das heißt, die Marktdominanz hat bis 2016 immer noch 90% enthalten und hat sich dann eben entsprechend etwas gewandelt. Das heißt, Bitcoin hat an Marktdominanz verloren, aber nichtsdestotrotz hat es immer noch 46,92% Marktdominanz im Moment und Ethereum hat eine Marktdominanz von sage und schreibe 19,03% eben entsprechend zum aktuellen Stand. Deswegen ist es auch einfach wirklich sicherer am Anfang, in diese beiden Coins zu investieren und alles andere erstmal außen vor zu lassen, denn wir sehen ja, was mit den meisten von diesen Coins entsprechend passiert ist. Das heißt, um das Verständnis zu haben, wirklich Vermögen aufzubauen über Altcoins, musst du ganz klare Kriterien haben, anhand derer du Sachen bewertest. Vorher solltest du es auf jeden Fall nicht machen. Kommen wir zum fünften und meiner Meinung nach zum wichtigsten Punkt überhaupt. Also bevor du in Altcoins investierst, solltest du das notwendige Wissen aufbauen. Nicht nur Wissen, sondern das notwendige Wissen aufbauen, das sich weiterbringt. Du musst ein Projekt auf Herz und Nieren überprüfen können, um mögliche Risikogewinne, Risikogewinnverhältnisse eben entsprechend gut einschätzen zu können. Und dabei helfen dir eben entsprechend auch genügend oder gewisse Tools, Metriken und Informationen, die alle frei verfügbar sind. Du musst eben letztendlich nur wissen, wo du sie eben entsprechend genau findest und wie du sie für dich interpretierst. Am Ende gibt es immer zwei Wege, wie du dir das Wissen und die Fähigkeiten aneignen kannst. Ich selbst habe beide probiert. Der erste Weg, der langsame Weg, ist eben entsprechend das Einlesen, Videos schauen, nicht wissen, ob das vermittelte Wissen gut ist, also wirklich dich weiterbringt. Und entsprechend dauert das natürlich lange, weil du nie weißt, was ist richtig und was ist nicht richtig. Was ist verlässlich, was ist nicht verlässlich. Denn eins ist klar, das härteste Asset, das wir haben, ist nicht etwa Gold und auch nicht Bitcoin, sondern es ist letztendlich Zeit. Denn keiner weiß davon, wie viel wir zur Verfügung haben. Deswegen Schritt Nummer zwei, den du möglichst für dich nehmen kannst. Du sagst dir, ich arbeite von Anfang an mit Experten zusammen, die an dieser Stelle sind, wo ich langfristig gerne hin will. Und das ist letztendlich auch der schnellste Weg. Bedeutet aber auch natürlich ein höheres anfängliches Investment in dich selbst. Und wenn du nun gerade mit dem Gedanken spielst, dir ein renditestarkes Kryptoportfolio aufzubauen und das auf dem sichersten Wege, ohne teure Fehler machen zu müssen, dann melde dich einfach mal auf unsere Homepage www.cryptory.de und reserviere dir ein kostenfreies Strategiegespräch. Dann schauen wir beide uns gemeinsam mal an, welche Strategien für dich sinnvoll sein könnten und wie du sicher starten kannst. Bis dahin, erfolgreiches Investieren! Und dann schauen wir uns gemeinsam mal an, welche Strategien für dich sinnvoll sein können.